moin moin und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge wonderbox wie man sehen kann spielen wir das letzte kapitel nämlich frostige angelegenheiten so dernächst folgen wahrscheinlich neue aber bis jetzt haben wir leider noch die das heißt das sind unsere letzten sieben und ja die fangen wir noch einmal an mal gucken wie viel wir heute schaffen ein weit von der heimat entferntes entfernter abenteurer bereitet sich darauf vor den höchsten berg in den bekannten königreichen zu erklimmen und den gipfel der welt zu erreichen wie sich herausstellte ist der berg das zu hause eines zurückgezogenen friedlichen völkern das schon seit jahrhunderten dort lebt doch eine belagerung durch kobold erzehrt in ihren ressourcen zum glück dass ein wahrer hält seine eigene wünsche stets außen vor um andere zu helfen so ein steiler aufstieg so ein steiler aufstieg okay wie ihr seht habe ich mein äußeres mal wieder geändert man hat so viele sachen aber mal sehen was noch so kommt so hier geht's raus halt zurück hier mal in die hütte rein hier sind noch ein paar sachen habe ich irgendwas in der hand ich kann nichts machen okay ich dachte ich hätte ein schwert könnte man hier noch eine münze holen aber nein das geht nicht okay hier entlang zum berg kann man reingehen okay okay muss ein bisschen mhm hier oben geht rein rein da oh hier ist aber tiefer schnee da kann man nicht so leicht laufen okay wir haben keine waffen das heißt wir müssen jetzt hier durchwuseln das ist ja machbar jetzt geht's hier hinten rum würde ich sagen ja und dann hier wieder durch ah warte mal da müssen wir schon aufpassen da kann ich wieder runter fallen dann müssen wir den ganzen dick ja wieder rauchen da haben wir natürlich nicht so viel bock drauf okay da läuft immer einer raus wir könnten theoretisch die ganze dahinter laufen genau na guck mal da geht's hoch auch clever gemacht ne so jetzt sind wir schon wieder ganz oben gucken wie es oben auf der bergspitze ist oh hier oh alter guck mal hier wiii jetzt rutsch ich aber ganz gut hier müssen wir jetzt aufpassen hier wird es tricky denn wir rutschen ja auf mais oh super souverän gesprungen souverän gesprungen wieder rüberspringen anscheinend das hat tiefes schnee ist da oben noch irgendwas hier geht's rein hoch das sieht aber auch ganz geil aus mit dem eis hier da wasserfall da gefroren ist dann bin ich da ran damals ein bisschen weit weg ne nein oh runtergeplumpst ach Mist noch mal war zu schnell so hier müssen wir schon aufpassen Eis und da irgendwo längs da hinten ist ein Herz aber das brauchen wir eigentlich nicht weil wir haben ja volles leben ok hier müssen wir hoch und dann hinten durch ja ok so jetzt da rüber und da hinten ok wir gehen wir da durch auf der Seite und auch ein paar ok wir sind da hinten durch hei 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 ok warte mal klar hier hei 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 Ah, das war klar. Beim ersten Mal nicht schaffe. Oh, warte, 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 nicht rausgehen. Ich sehe nichts. Okay, warte. Nein. Oh, ich wusste, dass er mich kriegt. Oh, das mit dem Rutschen ist echt blöd. Warte mal. So, Anlauf, warte. Anlauf. Oh. Oh, ich wusste. Oh. Dieses Ding. In dem Rutschen Darm. Aber ich glaube, wir sterben fast hier gleich. Wir ziehen also oben rauf und dann rutscht es da und dann nach da. Okay. Versuchen wir mal. Okay, geschafft. Okay. Das war schon ein bisschen gemein. Oh, ich brauche ein bisschen Leben hier. wie hoch soll ich nicht. Soll ich runter? Ach, da ist die Tür. Ich habe gar nicht gesehen. Ich muss nur querfält eingehen. eine Waffe haben wir halt noch nicht gefunden. So, geschafft. Das war jetzt gar nicht so schwer. Ziemlich gut. Ah, so richtig viel haben wir nicht bekommen. Macht aber nichts. Der Seelenbinder. So. Wer ist denn hier? Da kann man nichts machen. hier rausgehen anscheinend gut okay da hat er jetzt das ist eine achse schon mal drücke achse schwingen halte um sie aufzuladen lass los okay das kann man nicht kaputt hauen das geht nicht ok ja ich habe doch keine chance gegen mich hier ok mann 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 ich dachte man könnte es irgendwie los werden kann man gar nicht hier gibt es leben brauchen wir nicht hier geht es wieder raus oh da war Eis also Eissplitter hier müssen wir alle Gegner kaputt machen bevor wir irgendwas machen dürfen hier ist es hier ist es Da kann man irgendwas machen, aber kann man gar nicht. Jetzt ist das Tor aufgegangen, weil wir alle besiegt haben. Sehr gut. Die kommen aus ihrem Geheimverstecken da die kleinen Wichte. Oh, hier ist ein Herz. Das ist gut. Oh. Oh. Nein. Okay, da waren wirklich viele Gegner. Irgendwie muss ich immer ein bisschen Leben haben. Ist da ein Leben drin? Nee. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Mein Herz ist mir schon wenig. Ah, da. Okay, was der Seelenfänger bedeutet, weiß ich gar nicht genau. Vielleicht fange ich dann immer wieder da an der Stelle. Okay. Nein. Nein. Raus da. Raus da. Raus da. Oh. Na komm her. Oh. Okay, da muss man immer wieder hier anfangen. Okay. Gut. Habe ich mir schon gedacht fast. Da kann er nicht reinfallen. Ist ja ärgerlich. Aber hier müssen wir schon vorsichtiger agieren. Okay. 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 Die Münze hole ich mir trotzdem. Man weiß, ob man den Herrn ja noch was kaufen muss. So steht man nachher da. Ah, ist die Tür. Okay. Okay. Wieder ein Seelenfänger? Okay. Ah. Mal gucken. Besser hingucken bevor man da weiterläuft. Oh. Oh. Oh, was ist er denn für ein fieses Ding? Warte mal. Den müssen wir anders... Das ist ja... Der hat ja einen super... Das ist ja ein super Gegner. Auf den kriegen wir aber hin. Einmal können wir... Können wir auf jeden Fall... Warten wir kurz auf, was er macht. Schnell weg! Na. Schlüssel, dann... Und hier durch. Okay, hier sieht es schon ein bisschen interessanter wieder aus. Nicht mehr ganz trostlos. Gehen wir über die coole Brücke hier. Guck mal, das sind freundlich Gesinnte. Gucken wir mal, hast du uns was zu sagen haben hier? Ich stehe hier Wache, okay. Ah, guck mal, das ist schon unser Herz. Und dann geht es wahrscheinlich gleich hier in diesem Schloss weiter. Sehr gut. Bibliothekatorso. Ein warmes Willkommen. Und warmes Willkommen. Dann sagt er, kannst du uns? Huch! Tut mir leid, ich bin im Gedanken. Na gut, dann gehen wir mal hier raus. Also ich muss hier wahrscheinlich... Oh, hier er, der alte Mann. Da ist die Kugel in Ruhe. Da ist der König. Der alte Ziegenbock. Oh, perfektes Timing. Wir machen gerade eine schwierige Zeit durch. Die Antworten, die wir benötigen, liegen in unserer Vergangenheit. Ich bitte dich, hilf uns, die goldene Bücher zu finden. Drei Bücher für ein super Herz. Okay. Ich bin heldenhaft, ja, aber wo muss ich denn hin? Bitte, nimmst du das Zeichen unserer Freundschaft. Ah, ein Passierschein ist es wahrscheinlich, ne? Noch mehr Leute, die was sagen sollen? Ne. Gibt es einen anderen Weg hier? Ne, die wollen alle hoch zu dem Typen. Wo geht es raus noch irgendwie? Ach, guck mal, da unten können wir jetzt vielleicht runter? Ach, hier, pass auf. Ich muss deine Berechtigung überprüfen. Ah, okay. Haben wir noch nicht die Berechtigung? Warte mal, bevor wir da reingehen. Das ist nicht die richtige Berechtigung, die ich habe. Okay. Gehen wir nochmal hier zurück. Bis es einen anderen Weg noch gibt. Da unten ist noch eine Wache. Vielleicht können wir da rein. Ja, ich habe sie. Danke. Aha. Okay, los geht's. Holen wir uns das erste goldene Buch. Eines Tages soll ich der Held sein. Alle mal ansprechen. Kann ja sein, dass die uns irgendwas geben. Schlüssel oder irgend sowas. Ja, der nicht. Jetzt haben wir diesen Fächer. Okay. Warte mal. Kann man da von einem Ding zum anderen springen? Das schaffen wir nicht, oder? Das ist zu weit, ne? Test es trotzdem mal. Ne, das schaffen wir nicht. Gut, dann gehen wir zurück. Die Berechtigung war ja für den Heini. Oh nein, ich darf wieder reingehen. Die Berechtigung war doch für den anderen Typen da. Mal gucken. Hallöschön. Spinde wieder. Der hier links, ne? Ja, habe ich da, die Berechtigung. Dieser Speisesaal. Was gibt's hier ein leckeres? Was gibt's zum Abendessen? Uh, Flöhe. Gut, gehen wir mal wieder hochgehen. Achso, Such sitzt drinnen. Sind die Bücher vielleicht hier irgendwo versteckt? Das kann natürlich auch sein. Was sagt er? Was du suchst, befindet sich drinnen. Kann wir schon fliegen? Ach, jetzt können wir mit dem Ding, können wir ja... Warte mal. Kann ich jetzt mal von... Können wir da durch? Na ja, ich bin mal, kann man hier nach hinten kommen? Guck mal da. Hallöschön. Das Wetter ist gut, ja. Müssen wir mal die Kisten kaputt machen hier. Ach, dann bin ich da. Da gibt's ja Münzen schon mal. Hier ist eine Tür. Da können wir rüber schweben. Warten wir gleich mal. Aber brauchen wir gar nicht, ne? Da ist ein Buch. Doch, wir müssen schweben. Ah, wir müssen schweben. Aber warte mal. Wir holen uns noch die Münze hier. Wir holen uns noch mal die Münze. Gehen hier links. Okay, hier können wir wahrscheinlich nur raus, ne? Ich will hier drüben. Okay, jetzt müssen wir natürlich einmal das mit dem Schweben ein bisschen perfektionieren. Nein, ach doch. Pass auf. Und jetzt gehen wir hier längs. Dann können wir schon drüberschweben, ne? Okay, das wird natürlich ein bisschen crazier. Aber es klappt. Bam, ein Buch haben wir. Okay, jetzt weiß ich auch, wie wir das andere Buch noch bekommen, glaube ich. Ich habe eine Vermutung, wo das andere ist. Und zwar, wir gehen mal hier zurück kurz. Ich meine, gesehen zu haben, dass wir da auch schweben konnten. Und zwar da oben in den anderen Bereich rein. Was machen wir jetzt? Na, komm. Oh nein. Ah, bin ich runtergepflanzt. Nochmal. Wir müssen noch viel bald hoch. Nein. Was denn denn? Da war ich doch fast oben. Bin ich zu kurz gesprungen? Aufmachen die Tür. Ohne rein. Okay. Da oben ist ein anderes Buch. Okay. Wie kommen wir da hin? Oh, warte. Da kommen wir hier aber so hoch. Aber von hier füllen wir her. Und jetzt darüber schweben? So, noch ein Buch. Zwei haben wir jetzt davon. Könnte man da noch höher kommen da auf der anderen Seite? Glaub nicht, ne? Aber ich probiere es trotzdem nochmal. War da auch noch irgendwas, wo man da hochkommen kann? Ne, das ist nur... Okay, aber man kann hier auf jeden Fall durch noch. Ah, sind wir hier oben. Okay. Sie hätte vielleicht irgendwas für uns. Aber hat sie nicht. Wo können wir das letzte Buch sein? Sind wir da rausgekommen? Können wir jetzt hier runter vielleicht rein? Ne. Okay, wo kann das dritte Buch sein, ist die Frage. Schweben könnten wir jetzt. Das wissen wir. Aber wir gehen nochmal hier raus. Vielleicht finden wir hier draußen ja auch noch irgendwas. Hier um, 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 um das Schloss rum? Ne, ich glaube nicht. Oder? Können wir da noch irgendwas finden? Oder warte mal. Ich glaube, ich finde doch was. Warte mal. Wir gehen mal hier längs. Nee, da kommen wir gar nicht hoch. Nee. Okay, nee. Das ist, glaube ich, nicht hier draußen. Hm. Das ruckelt ganz gut, ne? Draußen im Schneegestüber. Okay. Den haben wir gar nicht gesehen. Da waren wir doch nicht. Stimmt. Okay. Ich will ansuchen, ja. Hier brauchen wir beides wahrscheinlich. Gut. Hier geht's hoch, okay. Hier geht's, hier geht's hoch. Ja. Stuhl kann ich nicht kaputt machen. Aber ich kann da rüber schweben. Okay. Da muss ich, wo muss ich denn hin? Da rüber schweben. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe noch keinen Schlüssel, oder? Ne. Wo kriege ich denn diesen Schlüssel? Wo kriege ich denn diesen The Key her? Muss ich da rein schweben? Da ist der Schlüssel drin, ja. Da muss ich rein schweben, tatsächlich. Okay, okay. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber wir probieren's mal. Na komm. Doch, ich glaube, das kriegen wir hin. Da müssen wir tatsächlich rein schweben. Von innen kann man die Tür hier aufmachen, habe ich gesehen. So, wir probieren's mal. Das wird abenteuerlich. Ach, guck. Dann werden sie wieder da hoch. So. Hier durch. Hier hoch. Und darüber schweben. Zack. Super. Okay, hier gibt's richtig viele Münzen, wie ich sehe. Wieso denn? Dann kannst du mal. 35. Oh, jetzt bekommst du Schlüssel. Okay, warte mal. Wie soll man jetzt mal Münzen noch? Können wir ja ein bisschen schweben hier, ne? Okay. Jetzt haben wir 27. Da sind noch ein paar. Mist. Da muss ich noch ein paar einsammeln. Jetzt haben wir doch genug. Dankeschön. Jetzt können wir hoch und die Tür aufmachen da oben. Okay, wo landen wir jetzt? Gersächliche oben beim letzten Bruch. Sind wir hier ganz hier drüben? Und wo wollen wir hin? Wir können auch einfach wieder zurückgehen und wir können auch einfach runterspringen, ne? Gut. So, dann ab zum König nochmal. Der freut sich über seine drei Bücher. Und dann haben wir das hier doch auch schon geschafft. Coole Abkürzung. Siegler. Da ist er. Wenn es einer schafft, dann bin ich das. Der Held. Dankeschön. Noch haben wir. Viele Punkte gab es dafür. Okay. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr gerechnet, aber das ist auch okay für mich. Kann ich mitlegen. Yeti-Beine. Gefrorene Blumenfläche. Ja, die machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abonnent da. Ein Abonnenten, ein Like da. Das reicht mir auch schon. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.